Musik 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 Wir haben gerade ein aktuelles Spiel auf Militia laufen Aber wir haben ein Gegnerteam Einen übelsten Warlacker Mal gucken ob er uns hier auch trifft Hätte ich mir eigentlich gar keine Waffe kaufen müssen Oh Ah Musik Nicht die Waffe nach vorne zeigen Mit einem Schuss Ja 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 Da habt ihr es oder Also ne Alles klar Ein türkisches Profil mit 232 Stunden Ja Da fällt mir nichts mehr zu ein Ohne Witz Also das ist halt echt lächerlich Oh Ja komm Was soll ich machen Ich kann mich doch einfach Ja ist halt so Das Geld ist zu schade eigentlich Olek abmachen Komm Ja aber es bringt ja auch nichts wenn einer rausgeht Er kann halt 30 Minuten nicht spielen weißt du Ah ganz ehrlich nein die Enemies Na die müssen hier ne scheiß mal Ja I call my Panzer Ja 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 Alter das ist ein Witz Er war sofort Ja 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 Was ist das hier Das ist echt Wir haben ja eigentlich 2 Runden vor euch Da hat er noch nicht angemacht Ja wo ja Ja der hat jetzt ab der dritten Runde angefangen Ich sag's dir Hey Oh ja wenn wir jetzt nicht rushen Alle Oder so Ja lassen wir machen Ja der schießt auch durch die Wand durch das interessiert ich doch gar nicht Ob wir so sterben oder wenn wir wenigstens mit der P90 durchschieben Ich bin nicht so scheißegal Leute es sind besondere Umstände ne es sogar so besonders dass ihr eine P90 kauft Alter Reckles hat schon wieder Messer gezogen ne Alter Ja er hat mir grad geschrieben und ein Foto davon geschickt Es tut! Ah ne ist ja gar nicht das ist der andere Och Mano Alles klar Nicht so langsam Da weiß ich wo du fährst Ja Oh da hat er nicht getroffen Alles klar Ja der war ja auch low ja Obwohl ist der andere Der sieht dich doch eh gleich Der ist offen Ja das ist mir doch egal wo der ist Ich bin eh gleich zu Loll Ich sag's schon da durch Ist Global Elite 3 Smurf alles klar Global 3 ne Ok komm schon Ja 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 Ist ok Ist ok Komm wir gehen mal kurz nach hinten Ich will noch was auf Was heißt ein Strafe auf Englisch? Strafe 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 Was wollen wir machen? Komm nach hinten einfach zu mir Scheiße tu schreibt doch mit Doppel O Hier hin hier hin hier hin Ach Leute Leute auf den Zorn Da hin klien 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 Stich Nein da auf das Ding Ich hab ne Ich hab ne Ich hab ne So jetzt Und jetzt nach dem Pferd laufen Eins zwei drei Funktioniert nicht Wir lassen wir es Ich hab ne holen wo geht die smoke da kommt man die flash obwohl er sieht mich ja durch die smoke da ist doch nicht mal am leben man weiß dass er hat mir er hat mir mit irgendwas den kopfschuss gegeben aber ich hab's überlebt ich hab mir georbt einer ist geraschen doch auch kann ich aber ich habe eine kleine scheude da vorne da vorne da vorne da vorne bringt es ja sowieso nix oder nee der ist tot werden die tüte ist ja ruhig direkt mit der arme junge ja also bei den ein historisch wird wird und da berlinsen können ok er bleibt oben ja Ok 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 vor Ort der Standort gerade des Umgebungs nächster des Todes dort ist das Rolett wo er ja wenn er geflüchtet hat der greift wieder ab mit da ja Alter, Röhrigmeister, Orbmeister, gib mal her, jetzt, jetzt, oh, don't report me. Der im Bett ist immer, ne? Ich möchte, ich möchte auf sein schreiben, Bunny, du bist scheiße, dich reporten. 1, 2, 3. Ja, du läufst zu schnell. Wenn du eins sagst, dann wartest du noch eine halbe Stunde. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn! Das hast du aber ja angemacht, ne? Der hat den nachgeladen und ist dabei schon aus der Scheune rausgelaufen. Ohoho! Einer ist in der Garage, ne? Aua, aua, aua! Mit der Gegensatz. Ich kann nicht, ich hab mich scheiße, Alter, ja. Der irgendwie jetzt eh nicht, weil eh kein Netz, weil er eh kein Busch-Silber ist. Nach vorne, nach vorne! Nach vorne! Können wir drüben? Können wir drüben? Können wir drüben? Ja, alle von dem Clan, da. Ich gucke in den Tunnel und so. Apfelsaft, du brauchst das gar nicht probieren. Apfelsaft, du brauchst das gar nicht probieren. Tu das nicht. Er weiß eh, wo du bist. Haustür, haustür, haustür. Der kommt, der kommt rum. Oben. Oh, ich hab nur eine Atapie! Scheune. Du in Germany, Nicole ist red. Du wirst die Schale, und deine Schwester ist nackt. Aber damit hat er jetzt nicht gerechnet. Du bist Müll. Nein, 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 nein. Ach, kommt alles auf YouTube? Ich bin gar nicht. Dann hab ich auch ein bisschen Ruckler, also es läuft nicht so flüssig. Nicht ganz so. Ach, lanieren kann ich. Ich hab einen gescoutet. Ich bin... Oh, ich bin... Ach, komm. Eigentlich kann ich doch gleich. Hier. Ein Uprank. Ja. Hä? Okay, 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 okay. Er läuft grad über die Brücke. Er hat ja grad ausgemacht. Ja, er hat mir nicht geblieben. War unter. Untergrund. Okay. Alter. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Alles klar, wir haben wieder ne Chance. Hä? War untergrund. Er stand grad neben Sackton hat mir gegeben. Durch die Wand. Left side. Opsa. Left side. Garagen da. Garagen da. Garagen da. Oh, von hinten, von vorne, überall. Merk dir ja, von hinten gibt kein Kindergeld. Mal. 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 mal was schicken der kennt das gar nicht schieden aber ich war die rechte scheine o gott ja ok 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 ja naja er macht ja 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 3 2 ich hab Angst da ist einer da ist einer hinter dir ich hab Angst vater 3 2 1 ich will das nicht der tipp ist einfach der hammer weißt du doch offensichtlicher geht doch gar nicht mehr in der stelle ja 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 ich bin auch ein 30 3 6 jahre auf jeden Fall das ist so ein Profi-Spieler von Fnatic ja ich glaube alle tüppeln wenn du wir stellen uns hinter die Wand hier das Tüppeln wir noch, komm rein einfach nicht zeigen einfach an die Wand stellen mal gucken wir das zuerst gilt ich hab ne Eifelst ich muss jetzt hören ja komm, geh nur noch mich durch gehen wir doch was geht los kein Esport ahaha ahaha wie gut das einfach ist ich die kutcherpucks schmack alter spiel ist einfach so was von GG oh gott weißt du einer der jetzt an Overwatch sitzen ne der würd sich sagen Ja. 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 Das ist ja legit. Alles geht. Das ist immer das Wort drin. Weißt, wenn... Auge whatsoever in Sachen. That's it. Das geht. Ja. First ever Ace. Mac-10. Obwohl das lohnt sich eigentlich gar nicht. Alle ins Ballzimmer. Alle ins Ballzimmer. Und Rauch bitte kaufen. Alle bitte Rauch kaufen. Was bringt denn da Rauch? Das ist immer aber. Ging nicht. Sorry. Das war jetzt ein No-Score. Alter, wenn ich das nochmal mache. Ja, ein No-Score. Na ja, wirklich. Ich hab einfach so nach rechts... zur Seite gezogen. Okay. Ich darf noch zweimal Team-Shard Team-Kills machen und... Noch einmal... Nein, noch gar keinmal vor Rumpenstatt. Tu mir das nicht an. Leute. Guck mal. Ja, die geht weg. Das ist ja schön. Das ist immer freundlich. Easy. Easy. Let's win it. Ja. Jetzt hat das Leben auch wieder einen Sinn. Push, push dann. Mein Leben hat einen Sinn. Anymore. Again. Aua. Aua. Popo-Shot. Leute, von hinten gibt immer noch kein Kindergarten. Hä? Wann der? Was ist das? Doch! Ach man, hintenrum. Scheißhaufen war. Ja. Okay, 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 okay. Ich mach das. Die Block, die, die ist OP. Ich sag ja, die ist OP, also, ja. Also, der erste Hightech. Ein Film, also, bin ich schon krass. Hey, ne? Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mach jetzt SpinBot an. Oh, warte, warte, warte. Was hast du an? SpinBot, pass auf. Du wirst es sehen. Guck. Guck. Ah. Naja. Naja, keine Chance mehr, du. Weißt du, was? Ich gebe den Hacker. 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 Loll. Gib den einfach ein in Interesse. Alles klar. Drei. Drei. Zwei. Alles klar. Das ist echt. Oh, 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 ich hab ihn gesehen. Oh, oh Gott. ach komm kaufen wir doch mal die rauchgranate obwohl das erspere die mir auch nicht ja folge seine maids kriegen doch auch alle dann abzüge naja deswegen sagt doch der eine das dann immer zu oder reale chance reale chance ja die darf die dach sind ja okay hier banni dachs darf die dach aber doch er wird jetzt meinen ersten kill gemacht manchmal bin ich so gut wo war der alles klar ist das scheiß egal der wichser gibt e-calls ja ich habe keine mangebote da karotten schenke ich dir bitteschön ich habe immer in der nobi hat ein service da Ne, fuck. Ne, der ist da. MVP! Ok, 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 ok. Ich schau noch vor ihm ab. Wo sind meine Revolverskills? Ich darf ihn aber nicht mehr machen. Ich war mal gut mit dem... Fabi, der weiß ja eh, wo du bist. Der ist schon über dir. Der ist schon über dir. Der gibt dir gleich von oben. Wie willst du? Der ist da oben schon. He was at this moment, he knew, he fucked up. Was? Einfach die Geschäfte gehen. Die borden wir ihn noch mal. Weißt du, wenn Erdogan... Seasgo spielen würde, hätte er sofort einen Bann. Auf die Türkei. Safe call. Safe? Safe call. Scheife. Das soll zu unfähig sein. Der ist eigentlich nicht geil. Was? Jo, läuft bei ihm. Oh, 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 oh. Ich hab euch geschossen, das wollte ich nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Jawoll! Alles getroffen, außer wie geht er da. Ich will keiner für euch. Ich will nicht. Also in Germany, ne? Komm mal, wir hacken. Wir müssen mal alle in den Untergrund. Ja, das ist jeder. Ja, alles klar. Ja, da kommt der zur kleinen Scheune. Er sieht das doch. Ja, alles klar, alle. doch auch warum denn mich der hat schon nach hinten verschoben geht ruhig vor, ihr könnt ruhig vorgehen ja, danke das ist gar nicht ok verstehe wo war der? hinter euch, hinter euch, hinter euch zwei Stück hinter euch hinter dir, zwei Stück er wird schon mal durch die Wand kassieren ich bin mit 1,80 zufrieden mein Name ist Geld drauf ah, oh Gott, ich bin dritter ja, bei nem Hacker-Spiel ja, komm, als ob ich da jetzt noch Siebel spiele ja also ich sage nur vorhin, da wo ich geklatscht hab, ohne Waffen zu benutzen, da habe ich einfach weggebrochen und geklatschen also ich war stolz auf mich meine Ahnen schauen noch nicht ich fliege bei mir auch ein bisschen HACK OFF in Germani we call it Pratsch stop being a noob that good with easy frags oh nein ok ok alles klar kein Ding er ist ja einfach leckerlich warte, bevor wir noch machen richtig machen wir noch mal ein Screenshot von auf welcher Rang ist der jetzt sein Mates bringt das doch gar nicht, viele werden alle wieder abgezogen und obwohl er hackt, hattest du mal mehr Punkte als er guck schon lächeln ja, gut, da hab ich auch mit zwei Bonzi gespielt, ja ah, ist klar also letztendlich